Da habe ich jetzt voller Schutz aufgefahren. Mit 6 Schnüren, 6 Strängen und 100 Brei. Tapered und alles. Also wenn ich die hier einfach nur Fläche drehe, dann dauert das 20 Minuten. Auch aus der gleichen Schnur wie die weiße. Und so einen Puschel stehen lassen. Das ist fast wie eine Feitsche. Süß. Süß ist los. Süß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.